Am Montagabend startet dann das Rückspiel zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem SV Werder Bremen. Im Hinspiel gab es ein 0 zu 0, wo Heidenheim hinten raus sogar die besseren Chancen hatte in Überzahl. Man muss also aus Bremer Sicht auf Moisander verzichten, dafür ist Fugt nach Gelbsperre wieder zurück. Bremen in den grünen Trikots versuchte sich hier vorne festzusetzen, ein hohes Unentschieden würde ihnen ja schon reichen. Aber die erste Phase hier war von Vorsicht geprägt. Hier Kevin Müller, der den Ball abfängt, der sich in der 90. Minute fast einen folgenschweren Lapsus erlaubte, aber er wurde dann von seinen Mitspielern ausgebadet. Nun der 1. FC Heidenheim hier in der Voigt-Arena richtig gut drauf in der Bundesliga-Saison gewesen und Schnatterer, heute von Beginn an dabei, hat dann die erste Großchance. Hier von Föhrenbach aufgelegt, aber Pavlenka ist aufmerksam. Und Heidenheim kam nochmal vorm Seitenwechsel. Wieder Marc Schnatterer stand hier mehrmals im Mittelpunkt und jetzt muss es doch der Treffer sein. Schnatterer, Dorsch mit dem Steckpass zu Tomala. Und Pavlenka mit einer sensationellen Reaktion. Aber den muss Tomala eigentlich machen. Und der anschließende Eckstoß hat es auch nochmal in sich. Marc Schnatterer mit diesen Standards immer brandgefährlich und gegen Bremen ist da ja immer was möglich. Und wieder ist es Beermann, wie schon im Hinspiel, der hier zum Kopfball kommt. Aber der Aufsetzer diesmal eher weniger gefährlich. 0 zu 0 nach 45 Minuten. Bremen fand besser rein, aber der 1. FC Heidenheim steigerte sich und mauserte sich auch zur besseren Mannschaft. Der zweite Durchgang dann erstmal für die Weser-Elf. Marco Friedl über links. Bekommt da viel Platz und der Kopfball in der Mitte von Osako zu hoch angesetzt. Wir warteten also weiterhin auf den ersten Treffer in der Relegation, die jetzt 90 Minuten plus eben hier diese 60 ohne Treffer auskommen musste. Über eine Stunde gespielt. Nun wieder mal der 1. FC Heidenheim mit einem Vorstoß. Niklas Dorsch, super Pass, Tomala, aber von Veljkovic dann abgewehrt. Er musste heute die Rolle neben Moisander mit Vogt eben bespielen. Vogt, der nicht unbedingt der Innenverteidiger schlechthin ist, sich lieber etwas offensiver orientiert. Veljkovic heute aber mit einer klasse Party. Aber nach vorne dann wieder Bremen gefährlich. 70. Spielminute. Die Werderaner tasteten sich hier mehr und mehr ran. Kevin Müller fliegt. Ob er da rangekommen wäre, zweifelhaft. Aber Klaassen setzt diesen Schuss etwas zu weit links an. Knappe Viertelstunde noch auf der Uhr. Werder Bremen drückte jetzt und wollte nicht in diese Verlängerung. Davy Klaassen. Zufriedel, der behauptet den Ball. Wieder Klaassen. Super Parade von Kevin Müller. Starke Reaktion da im kurzen Eck. Verdeckter Schuss. Und dann diese Reaktion. Bremen war dichter dran am 1 zu 0. Aber dann konnte Heidenheim kontern mit Niklas Dorsch. Wo er diese Power nochmal hernahm. Man weiß es nicht. Dorsch läuft an. Legt zurück zu Marc Schnatterer. Und da ist das 1 zu 0 für den 1. FC Heidenheim. 90. Spielminute. Ausgerechnet Marc Schnatterer. Der lief hier ab der 70. auf der letzten Rille. Und jetzt machte er den entscheidenden Treffer. Denn es kam nichts mehr danach. Heidenheim steigt auf. Die Freude kaum in Worte zu fassen. Aber über diese 180 Minuten steht Heidenheim verdient als Aufsteiger fest. Sie haben sich das erarbeitet. Und Werder Bremen zog am Ende den Kürzeren. Und muss den bitteren Weg in die 2. Bundesliga angehen. Heidenheim gewinnt hier im Entscheidungsspiel mit 1 zu 0 gegen den SV Werder Bremen.